In der Wissenschaft gilt, Mitochondrien haben enormen Einfluss auf die Gesundheit und die Entstehung von Krankheiten. Die Kraftwerke des menschlichen Organismus sind in all unseren Zellen hundert, oft sogar tausendfach vorhanden. Mitochondrien versorgen uns mit Energie für den Alltag. Sie nehmen jedoch Schaden, etwa durch Alterungsprozesse, Umwelteinflüsse, Toxine und Stress. Dann können sie nicht mehr ausreichend Energie produzieren. Die Folgen? Verringerte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Die Entstehung chronischer Erkrankungen wird begünstigt. Unsere Lösung? Hypoxietraining. Spätestens seit der Verleihung des Medizin-Nobelpreises 2019 ist bekannt, welche positiven Auswirkungen das im Leistungssport seit Jahrzehnten etablierte Höhentraining auf den menschlichen Organismus hat. Beim Mitofit Hypoxietraining atmet der Anwender über eine Atemmaske im Wechsel Höhenluft und Sauerstoff angereicherte Luft. Die Anpassung an die sauerstoffarme Höhenluft löst eine Kette positiver Reaktionen aus. Die Zellen werden trainiert, geschädigte Mitochondrien abgebaut und neue, gesunde gebildet. Profitieren auch Sie von den positiven Effekten des Hypoxietrainings. Mehr Energie, mehr Vitalität, mehr vom Leben.